Herzlich willkommen zu unserem Kurztutorial Pressespiegel-Erstellung mit der PMG-Pressedatenbank. Sie sind Pressesprecher, Kommunikationschefin oder in Ihrem Haus für das Beobachten der Medienlandschaft verantwortlich und möchten wissen, wie Sie schnell, günstig und rechtssicher Pressespiegel erstellen und verteilen können. Diese Frage beantworten wir in den folgenden zwei Minuten mit einem Blick in die PMG-Pressedatenbank. Sehen Sie anhand des Beispiels der DAX-Automobilhersteller, wie einfach, schnell und rechtssicher Pressespiegel zusammengestellt und versendet werden. Nutzen Sie die PMG-Pressedatenbank selbstständig und unabhängig von Ort und Zeit. Suchen und finden Sie täglich in über 2300 Zeitungen, Zeitschriften, Online-Titeln, App-Inhalten. Legen Sie individuelle Mediensets, Suchprofile und Ad-Hoc-Recherchen an. Und genießen dabei die Sicherheit unserer Festpreis-Leistungspakete. Der Zugang erfolgt passwortgeschützt. Direkt nach dem Login finden Sie in der linken Menüleiste alle Funktionen zur Pressespiegelerstellung, Versendung und Verwaltung. Und in der Mitte sehen Sie unter anderem eine Übersicht Ihrer eingerichteten Suchen. Wir zeigen Ihnen diesmal den Aufbau einer klassischen Suche für die DAX-Autohersteller. Hier haben wir bereits einige Suchen vorbereitet. Bei Bedarf können Sie Ihre bereits angelegten Suchbegriffe jederzeit kostenfrei hier ändern. Richten Sie beliebige Quellensegmente und Zeitfilter individuell ein. Trefferlisten können Sie sortieren. Als Ergebnis erhalten Sie eine Übersicht aller Treffer mit einem kurzen Textauszug und Eckdaten zu jedem gefundenen Beitrag. Ihre Suchbegriffe sind farbig hervorgehoben. Durch Anklicken der Headline gelangen Sie zur Artikelpreview. So können Sie den ganzen Artikel am Bildschirm lesen. Abschließend legen Sie alle wichtigen Beiträge in den Warenkorb. Im Warenkorb können Sie Ihre Auswahl überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Durch Klick auf den Jetzt-Kaufen-Button stehen die Artikel zur weiteren Bearbeitung bereit. Die Artikel können Sie nun im gewünschten Format PDF, HTML, XML herunterladen bzw. bei Bedarf direkt als Pressespiegel versenden. Mit dem PMG-Pressespiegel-Versand senden Sie Ihre Beiträge per Mausklick als PDF und auf Wunsch mit Ihrem Logo versehen direkt an Ihren Verteilerkreis. Die Recherche, Zusammenstellung und Versendung der relevanten Berichterstattung ist so in einem Tool gebündelt. Hier noch einmal die wichtigsten Vorteile auf einen Blick. Sie nutzen selbstständig und unabhängig von Ort und Zeit die PMG-Pressedatenbank. Ihnen stehen rund 2300 Titel zu tagesaktuellen Themen zur Verfügung. Sie können jederzeit selbstständig individuelle Mediensets, Suchprofile und Ad-Hoc-Recherchen durchführen. Sie erhalten Festpreispakete mit auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Leistungserweiterungen. Damit Sie sich selbst von der einfachen Nutzung der PMG-Pressedatenbank überzeugen können, testen Sie die PMG-Pressedatenbank jetzt eine Woche kostenfrei. Ihr Testaccount ist garantiert, unverbindlich und endet automatisch. Melden Sie sich am besten gleich an. Wir freuen uns auf Sie.